Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Kurs von mir. Und zwar geht es dieses Mal um Data Science und Data Analysis in Python. Und das ist etwas, was ich eigentlich schon hätte viel früher machen müssen und viel früher hätte machen sollen. Es tut mir leid an der Seite, dass ich so lange damit gebraucht habe. Aber es ist eigentlich Grundlagen, wenn man irgendwas mit Data Science machen möchte, dass man sich mit diesen Bibliotheken hier beschäftigt. Ganz konkret werden wir folgende Bibliotheken kennenlernen. Wir werden NumPy kennenlernen. Numerical Python. Das bedeutet, wir können damit dann eben numerische Sachen in Python berechnen. Und das ist eigentlich das grundlegendste Modul für alles, was mit Data Science zusammenhängt. Darauf baut Matplotlib auf. Darauf bauen die ganzen eigentlich Data Plotting oder Data Analysis Werkzeuge auf. Darauf baut auch SciPy ein bisschen auf. Darauf baut Pandas auf. Und wie gesagt, Matplotlib baut darauf auch auf. Seaborn baut darauf auf und so weiter und so fort. Es gibt wahnsinnig viele Bibliotheken im Bereich Data Science und Python. Selbst TensorFlow, also neuronale Netze mit Python oder PyTorch oder auch Keras, alles mit neuronalen Netzen und Data Science, baut eigentlich auf NumPy auf. Und deswegen ist NumPy natürlich die wichtigste Bibliothek überhaupt, die wir uns in diesem Kurs angucken wollen. Und darauf aufbauend wollen wir uns natürlich auch noch mit diesen beiden Bibliotheken hier auseinandersetzen, die auch sehr wichtig sind für den ganzen Data Science Bereich, nämlich SciPy und Pandas. Die bauen beide auf NumPy auf und liefern noch zusätzliche Funktionen. NumPy liefert euch effiziente Datenstrukturen, also sowas wie Arrays, also tatsächlich echte Arrays, die natürlich speichereffizienter sind, die sehr viel schneller auch einige Funktionen ausführen und dementsprechend auch die Datenstruktur zur Verfügung stellen, die man eigentlich brauchen würde, wenn man eben Data Science in Python macht. Man kriegt eben ohne Matrizen nicht besonders viel hin im Data Science Bereich. Das bedeutet, wir müssen mit mehrdimensionalen Arrays klarkommen und wir müssen die auch verwenden können, um überhaupt an TensorFlow denken zu können, denn wir müssen ja wissen, was wir da eigentlich genau machen und wie wir die Daten eigentlich verwalten sollen, die in TensorFlow Arrays oder in TensorFlow eigentlich verarbeitet werden oder in irgendeiner anderen Bibliothek, die wir vielleicht noch nicht kennen. Und das heißt, absolut grundlegend hier, NumPy als Grundgerüst zu sehen. Jetzt, warum kann man das nicht einfach so mit Python machen? Warum nutzt man nicht einfach Pythons interne Listen, die zum Beispiel sowas beinhalten, also mehrere Werte und dann vielleicht noch ein String, all diese Dinge. Aber da stellt sich doch die Frage, ja, warum nimmt man nicht einfach das? Warum benutzt man NumPy? Und die Antwort ist relativ einfach eigentlich, denn NumPy beinhaltet direkt eigentlich C-Code. Und das heißt, wir benutzen gar keinen echten Py-Code, also keinen Python-Code, sondern wir schreiben sozusagen nur für diesen Python-Code extra irgendwelche Sachen on top. Das heißt, wir können unseren Code immer noch selber schreiben, selber verwenden in einer Sprache, in Python. Das ist eine Sprache, die sehr, sehr einfach ist, sehr leicht verwendbar und auch sehr leicht lesbar und sehr leicht wartbar auch, weil man eben sehr schnell sich einarbeiten kann in den Code und direkt meistens intuitiv versteht, was da eigentlich passiert. Das ist das Tolle dabei. Deswegen verwenden wir Python zum Schreiben. Aber NumPy, welches in C++ geschrieben ist, ist natürlich deutlich schneller, was die Ausführung angeht, deutlich effizienter auch, was die Ausführung angeht und deutlich platzsparender. Dementsprechend irgendeine arme Sau, muss man einfach so sagen, hat im Hintergrund NumPy sozusagen gebaut für uns in einer Sprache, die vielleicht nicht so einfach wartbar ist, nicht so einfach, ja, nicht so einfach zu lernen auch, wie Python und dementsprechend auch nicht so knapp und kurz und angenehmen Code hat, aber dafür deutlich schneller läuft, also als Laufzeit jetzt gesehen. Und gerade, wenn wir mit so riesigen Datenmengen arbeiten, wie zum Beispiel im Exabyte-Bereich oder von mir aus auch Petabyte- oder Terabyte-Bereich, selbst dann brauchen wir sehr, sehr schnelle Libraries. Wenn wir das mit einer normalen Python-Liste machen, dann haben wir viel zu große Overheads, die wir eigentlich so nicht haben wollen. Da sind Arrays und C-Bindings, über die das Ganze zur Verfügung gestellt wird, doch schon ein ausschlaggebender Faktor. Deswegen NumPy für quasi alles als Fundament. Danach kommt aufbauend auf NumPy SciPy. Hier werden die einzelnen Algorithmen wirklich dargestellt und diese Algorithmen liefern euch erst die Funktionalität, die ihr teilweise braucht. Natürlich kann man das wunderbar ersetzen. SciPy ist nicht unbedingt notwendig für viele Anwendungsfälle. Es gibt sowas wie Spark, dazu habe ich auch schon einen Kurs gemacht. Es gibt auch sowas wie TensorFlow, da brauche ich dann auch keinen SciPy mehr dafür. Aber es gibt auch noch andere Bibliotheken, sowas wie Scikit-Learn oder sowas. Die dann auch eben auf SciPy teilweise auch aufbauen und damit weiterarbeiten. Hier sind einige Algorithmen drin, also in Scientific Python, dafür steht SciPy. Und hier haben wir tatsächlich einige Algorithmen für die Regression zum Beispiel oder für Fourier-Transformationen oder Minimierungsprobleme oder andere effizient lösbare Probleme, die natürlich auch in C oder C++ geschrieben ist und dann über C-Bindings für euch in Python zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ihr müsst euch nur noch um das wirkliche Analysieren der Daten kümmern und die Bibliotheken, die dürfen wir einfach so verwenden. Ja und zu guter Letzt Pandas. Pandas ist auch eine Bibliothek, die sehr, sehr verbreitet mittlerweile ist und auch sehr nützlich ist, gerade wenn man Data Science in Python macht. Und die ist genau dafür da, dass man eben Daten schön und ansprechend auch verwalten kann in Datenstrukturen, die vielleicht noch ein kleines bisschen leichter zu bedienen sind. Sogenannten Data Frames häufig. Und mit denen kann man dann andere Sachen machen, die man mit NumPy vielleicht so nicht ohne weiteres kann. Es ist noch eine Bibliothek, die euch das Leben erleichtert. Deswegen, es lohnt sich wirklich, die drei zu lernen. Darauf aufbauend gäbe es dann noch, und hier mache ich mal extra so einen Strich hin, es gäbe noch Matplotlib, sowas wie Seaborn. Heie, ich kann wieder mal nicht tippen, es tut mir leid. Seaborn und noch weitere Sachen wie Plot.ly. Das sind alles Bibliotheken zum Datenvisualisieren. Data Visualization ist allerdings mittlerweile so ein großes Thema geworden und hat auch sehr viel mit Storytelling zu tun. Hat auch sehr viel mit, welche Daten möchte ich eigentlich wie Plotten zu tun, dass ich das gerne in einem anderen Kurs darstellen wollen. Und deswegen konzentrieren wir uns in diesem Kurs hauptsächlich auf NumPy, Cyper und Pandas. Wir werden grundlegende Funktionen von Matplotlib auch verwenden. Das ist richtig, aber eben nur, um wirklich zu zeigen, wie das Ganze dann aussieht. Und den Code könnt ihr auch gerne einfach so kopieren und übernehmen. Es gibt noch ein separates Video oder einen separaten Kurs dann zu den jeweiligen Plotting-Bibliotheken. Okay, so viel zu, was wir alles machen wollen. Jetzt ist natürlich die große Frage, was genau ist eigentlich Voraussetzung für diesen Kurs? Falls ihr jetzt gerade zu wenig verstanden habt, dann solltet ihr jetzt ganz kurz aufpassen. Denn ich werde natürlich hier nicht alles in diesem Kurs nochmal erklären. Wir werden nicht von Adam und Eva anfangen, sondern wir werden einiges voraussetzen. Hier seht ihr schon eigentlich, in was wir gerade arbeiten. Das hier ist meine IDE. Also natürlich werde ich Python voraussetzen. Python-Grundkenntnisse von mir aus oder eben auch fortgeschrittene Kenntnisse, je nachdem, was gerade passt. Das heißt, wir werden vielleicht einiges OP-mäßiges machen, also objektorientierte Programmierung. Aber natürlich sowas wie ein IF-Funktion oder auch Yields von mir aus oder Dekoratoren, wobei die beiden eher selten drankommen werden. Aber eben gerade sowas wie funktionales Programmieren in Python, das wird alles Voraussetzung sein. Und das könnt ihr alles bei mir in meinem normalen Python-Kurs sehen. Allerdings bitte, ja, es ist halt Voraussetzung. Man muss Python einfach können, wenn man Python Data Science machen möchte, das ist klar. So, jetzt zu der IDE, damit ihr ganz kurz wisst, mit was ich arbeite. Es kann natürlich sein, dass ihr was anderes habt. Ihr könnt mit der IDE arbeiten, welche ihr auch immer bevorzugt. Also ihr könnt mit Jupyter arbeiten, IPython, völlig egal. Ja, wir arbeiten hier mit PyCharm. Das bekommt ihr hierher und zwar von JetBrains. JetBrains ist tatsächlich ein kommerzieller Hersteller, aber es gibt eine kostenlose Variante und zwar die Community Edition. Die könnt ihr genauso gut verwenden. Wir werden hier in diesem, oder ich werde in diesem Kurs die Professional Variante verwenden. Und zwar, weil sie eine extra wissenschaftliche Python-Integration hat sozusagen. Das bedeutet, sobald ich hier eigentlich reinschreibe, ups, eine Sekunde, ich zeige das ganz kurz. Sobald ich hier reinschreibe, import NumPy, dann kriege ich hier unten ein looks like you're using NumPy, use scientific mode. Und dann sehen wir schon direkt, ich kriege einige andere Sachen. Also ich kriege meine Python-Konsole. Ich kriege hier tatsächlich die Dokumentation von NumPy direkt an der Seite angezeigt, wobei ich das nicht unbedingt brauche jetzt hier. Aber manchmal ist sowas doch schon ganz nützlich, also nicht unbedingt die Dokumentation und auch nicht unbedingt die Python-Konsole, sondern eher, meiner Erfahrung nach, eher hier dieses SciView. Die ist ganz cool, denn man kann hier direkt einzelne Daten plotten oder Plots eben auch angucken. Die Daten aus einem DataFrame oder sowas ansehen im Debugger oder in der Python-Konsole. Man kann mit Big Data Tools arbeiten. Hier sehen wir auch schon, wir können direkt irgendwie was mit AWS machen. Das sind alles Themen für wann anders. Die werden wir jetzt dieses Mal oder in diesem Kurs nicht benutzen, aber wir können, wir haben direkt eine Integration in die Amazon Web Services, was gerade für Big Data sehr, sehr wertvoll ist, weil Big Data teilweise wirklich im Terabyte oder noch größer Byte-Bereich, also Petabyte-Bereich von mir aus dann arbeitet. Das Tolle ist natürlich, ich muss zu Hause keinen Petabyte-Datenspeicher mehr haben, sondern ich kann einfach die Daten irgendwo anders speichern und kann dann hier in meinem Monitoring auswählen, was ich gerne haben möchte. Ich kann meinen Storage auswählen, kann mein Filesystem auswählen und so weiter und so fort. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ich kann meine Datenbanken übrigens auch hier angucken, was natürlich auch gerade für Datenanalyse. Datenbanken sind da schon nicht gerade unwichtig. Und je nachdem, welche Bibliotheken man hier unten hat, kann man mit R was machen, kann man hier eben Hadoop oder Kafka oder Spark dann verwenden. Und natürlich haben wir die Standarddinger, Python Packages, was alles installiert ist, das Tumnel, Probleme, To-Dos und wir haben hier an der Seite auch AWS Explorer Favorites oder die Structure von unserem Programm. All diese Dinge liefert euch eine IDE eben mit und ihr müsst euch nicht selber darum kümmern und 50.000 verschiedene Fenster haben, sondern ihr habt direkt alles auf einen Blick. Natürlich können wir auch direkt hier einmal ausführen und dann steht hier eben sowas wie Hype, Hycharm. Das ist genau das, was wir hier dann eben in der Funktion drin haben. Also es ist einfach intuitiver, angenehmer und effizienter mit einer IDE zu arbeiten, als wenn wir das jetzt ohne machen und deswegen arbeite ich eigentlich immer mit einer IDE. Ihr müsst das natürlich nicht machen. Ihr seid völlig frei. Ihr könnt auch Visual Studio Code benutzen, ist auch eine super IDE. Bleibt euch komplett überlassen. Gut, das war es eigentlich mit den Voraussetzungen. Wenn ihr irgendwas braucht von dem normalen Python, wie gesagt, mein normaler Python-Kurs, den gibt es natürlich auch und da könnt ihr dann jeweils nachgucken. Python setze ich hier allerdings, wie gesagt, in dem Kurs voraus. Ja, und dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn wir tatsächlich endlich mal richtigen Code in die Hand nehmen und ein bisschen NumPy kennenlernen. Denn damit wollen wir starten. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.